Und wir sind wieder hier. Hey, Mei, schau! Sehr schön. Es müsste jetzt das Ding mit dem Schachbrett sein, oder? Jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Schachbrett sein, dann müssen wir in den Club, und dann müssen wir in den Himmel einladen. Und dann können wir das Spiel wählen. Ich bin nicht auf dieser Stelle. Komm schon, Mei. Du liebst so lieb, zu singen. Warum hast du so ähnlich, das Spiel zu bänden? Oh, nein, es war nicht nur so schade. Weil... es ist zwar ein gutes Spiel, aber ich kenn's halt. Ich will das jetzt nicht so großartig rauszögern. Wir werden es aber noch ein bisschen hinaus zögern. Ja, gut, Schach halt, ne? Ich sehe es schon. Eine Runde. Maximal eine Runde. Je nachdem wir uns anstellen. Setz den König des anderen Spielers Matte umzugewinnen. Okay. Na dann fängst du an, oder? Du musst. Weiß zählt immer zuerst. Okay. Ich glaube, ich nehme einen Bauer. Das ist immer das Glückste. Ähm... Ja. Alles klar. Guck mal, hier gibt es einen Dismatch Button. Dismatch Button. Achso, du hast es schon gemacht, oder? Ja, ich habe schon gemacht. Ich habe keine Ahnung, was für einen Zug ich hier gerade tue, aber... Ja. Du hast den... Du hast den Ding jetzt hier... Den hier bewegt. Ja. Du weißt, dass wir nur begrenzt Zeit haben, ne? Ach, es wird nur auf begrenzte Zeit gelegt. Damit man nicht mehr eine Stunde spielt, da weh. Und hier nicht mehr eine Stunde rumspielt. Ist ja schade. Ja, ich glaube, das wohl nach einem bestimmten Stream eingeführt. Ja. Würde ich einfach mal vermuten. Damit der Springer, den habe ich nicht fest, dass der gut ist. Der, der sich nicht bewegen kann gerade bei dir? Na, das ist schlecht. Erbrechen. Ähm... Kann ich den Baum bewegen? Damit der Springer kann. Ich glaube, den muss ich bewegen. Pats. Ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Ja, war's. Was war das erstmal mit deinen Bauern? Mit dem König auch gleich. Dann müsste ich erstmal matt sitzen können. Es wäre sehr lustig, wenn ich mit einem Springer und einem Bauern gewinnen würde, aber... So, hier stelle ich meinen Springer hin. Das will mich nicht wundern. Müsste eigentlich gehen. Die Dame kann ja so ziemlich anders. Schach! Kann ich mit dem irgendwie... Ist es so weiß? Das ist ähm... Aber ich kann doch hier easy peasy, oder? Ne, kann ich nicht. Du kannst machen, was du willst. Es ist Schach. Hm. Was kann das tun? Setz doch mal den hier auf den hier. Damit du gewinnst. Nein. Ich kann grad nicht. Ähm... Warum nicht? Kur abbrechen. Aber ich kann nicht bestätigen. Kann ich bestätigen. Kann ich grad nicht. Kann ich grad nicht. Okay. Dann benutze andere Figur. Du hast keine Ton. Abbrechen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich hab vier Minuten dreißig. Hm. Der kann auch nix. Nein. Du kannst keine eigenen Figuren überspringen. Dann kann ich auch nix tun. Du weißt, dass du deinen König einfach nur aus dem Schach bewegen musst, oder? Weil... Du kannst keinen anderen Zug machen. Aha. Ja. Ganz genau. Den Zug kannst du tun. Na dann. Okay, da kann ich doch jetzt... Easy mit dem hier. Ne, kann ich nicht. Warum nicht? Doch kann ich. Ja, kannst du. Aber der König steht jetzt mitten im Spiel. Hm. So würde ich sagen. Das kommt jetzt nicht. Da kriegt man nicht einen Bauern bei dir. Da könnte man hier... Scheiße, kannst meinen Bauern schlagen. Zack. Genau so. Alles klar. Das war's mit deinem Springer. Smart move. Hm. Hmhm. 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 den kann ich nicht bewegen das ist ob es alles klar liegt der gerade im bereich nein tut er nicht alles klar dann kann ich meinen turm einsetzen kannst du ja alles klar das war's mit dem stringer war auch nichts anderes zu erwarten kann ich die königin mal einsetzen kannst du sie bringt dir nur absolut nichts du kannst du machst mal wenn du denkst das ist der richtige zug denke ich nicht weil das sieht sehr gefährlich aus sieht falsch aus du weißt dass du noch eine minute zeit hast du mal den stück da kann ich mehr ziehen oder was danach ist vorbei du hast noch eine minute zeit dann habe ich gewonnen na toll da würde ich mal sagen whisky das war's mit deiner königin kann ich den hier einsetzen nicht den kann mir ist auch gehen muss ich mir noch ein anstrengend du hast nur ein paar sekunden ich kann denn den krieger ja zack kannst du das mit deinem krieger mit deinem läufer ich habe die holen langsam die figuren aus so zack nehmen wir den nächsten bauern mit war sowieso klar das gilt das verliere du hast auf jeden fall einen turm weniger egal was du machst ist doch wurscht nur 23 kunden und ich habe eine königin äh cool äh ich kann nichts mehr tun oder was ah nice oh ich kann was habe ich alles verloren äh du bist hier gerade direkt du verlierst grad zeit ja schön ich oder auch nicht du kriegst fest ja ich denke das du musst leertaste drücken ich musste es drücken hier mal hin kann der was machen kann sich weg bewegen ja ja weg hier ich kann mit dem turm doch bestimmt noch was machen du stehst im schach okay nein kannst du nicht ähm Cody gewinnt das ist ja blöd noch eine runde ich meine wir könnten aber du wirst verlieren im gegensatz zu dir kann ich schach wir machen kein langes spiel wir machen kein langes spiel langes spiel ein machen oder mach ich nicht das ist mir wirklich zu große zeitverschwendung sorry ach komm ohne zelt ne ich möchte ich habe jetzt echt keinen bock mit dir ein langes schachspiel zu machen ich aber na komm jetzt hier ich geh jetzt nicht weiter im nachhinein im nachhinein aus dem hauptmenü okay ich bin jetzt hier ich geh nicht weiter drück auf den knopf ich guck jetzt was hier oben ist komm hier schach spielen nein das ist dann auch noch mit fünf minuten oder ist das einfach endlos ein langes spiel müsste eine stunde sein endloses spiel ist endlos und ich bin nicht bereit mit dir eine stunde schach zu spielen ja wir werden auch nicht stunden schach spielen lange das war bis einer gewonnen hat wie gesagt wir können es gern bis wir können es gerade machen dann gerade wohnheit abgebrochen weil wir weil das wird zeit vorbei sich für einmal für einmal verlieren würde mein könig geschlagen hast können wir aus dem hauptmenü machen das macht ihr kennt das ist macht keinen sinn jetzt jetzt oder nie ok ich kann auch einfach aus dem call gehen und ich muss eh aus dem checkpoint start weil ich hier schon wieder fest ich bin auch mensch ja komm modi komm modi eine kleine runde schach wenn ich jetzt ja sagen würde dann würde es nichts bringen weil ich hier festhänge ich kann mich hier nicht bewegen jetzt starten wir und lass uns die runde nochmal beginnen hier nein mach ich nicht ich hab ich hab wirklich keinen bock jetzt mit dir eine runde schach zu spielen warum nicht weil ich keine lust habe eine stunde schach mit dir zu spielen ich bin doch nicht eine stunde das ist es wird im zweifel so lange dauern und ich bin dazu nicht bereit akzeptiere das bitte 10 minuten eine viertelstunde das hat doch eben auch schnell geschafft du hast mich schon fast besiegt nach den 5 minuten das hat vielleicht noch 2 minuten gedauert ich bin nicht bereit mit dir eine stunde schach zu spielen akzeptiere das bitte du spielst doch nicht eine stunde mit mir das wird vielleicht 10 minuten du hast jetzt hier 5 du hast das ändert nichts sagen ich hab ja auch ein anderes minispiel gefunden was wir gerne machen können das spielverderber wir können danach gerne auch ohne schach spielen aber ich möchte jetzt das blödsinn fürs let's play wenn wir es danach machen wieso ist das blödsinn ich habe jetzt wirklich keinen bock mit dir schach zu spielen akzeptiere das bitte spielverderber ich komme schon rüber zu dein mini spiel oh ist diese stelle hier ich kann auch jederzeit das spiel gerne beenden dann spielst du lieber reisen nach jerusalem wo bist denn du da oben nur weil es zufällig ist ich weiß nicht wo ich bin ich bin irgendwo lang gelaufen ich will jetzt mal schach mit dir spielen ich will jetzt mal schach mit dir spielen ich will jetzt mal schach mit dir spielen oh das ist die unselnige box hier ja ich will jetzt das box ja ich will ich guck mal wo du bist wie ich da zu dir hoch komme ich habe keine ahnung ob ich hier hoch gekommen bin ich habe keine ahnung ob ich hier hoch gekommen bin wenn ich das herausfinde wie ich zu dir hoch komme dann hier bin ich wieder beim beim jährigen zu ok dann bist du irgendwo oben oh auf der Hinkern guck mal eben irgendwo ich hier hoch bin ähm das sind jetzt hier zwei euer es habe ich gerade gemacht oh das hat ich gerade gemacht das habe ich gerade gemacht das habe ich gerade gemacht zwei ich glaube ich bin oben über dieses Kabel über das kabel hier komme ich dahin auf die bücher und dann über diese hier hinten am schachbrett gibt es so eine nächste mixung gibt es ein paar bücher du musst erst mal zum schachbrett und dann hier hoch wo war das schachbrett nochmal hier hoch oder nicht da lang sicher nicht ich mein geht auch aber gehe einfach zum schachbrett einmal warum gibt es das keine ahnung es ist eine bring dich ummaschine ist das eine selbst gebaute mausefalle das ist grausam hier ist der schachbrett zu kommen noch ein langes spiel spielen ok so hier was kabel ich weiß schon was wir machen müssen ich glaube irgendeinen knopf drücken wenn die musik auffört das müssen wir gleich nochmal von vorne machen ja oder ist es irgendwie an einem knopf es ist ein random knopf ok nochmal von vorne alles klar ist ist es 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 Das ist ein falscher Knopf. Wie beim letzten Mal, beim letzten Mal war es auch A und dann W. Na, komm. Oh, verdammt. War das nicht so, dass Sie das umbenannt haben, das Spiel? Nein, war es nicht. War es nicht. Es heißt nur anscheinend in Österreich und in Teilen von Nord- und Ostdeutschland generell anders. Hab ich da wieder irgendwas falsch aufgenommen? Nein, du bist auf Twitter reingefallen, weil die sich wieder aufgeregt haben über etwas, das nicht der Fall ist. Ich hätte mich ja nicht, ich hätte mich ja nicht drüber aufgeregt, aber es ist halt, ja. Ja, ich meine, dass es einfach so war, dass der Reporter oder was auch immer der, der den Artikel geschrieben hat, kam glaube ich irgendwie aus... Irgendwie in Nord- und Ostdeutschland oder sowas und da heißt es halt generell anders. Ja, wie Kraft sind nun Berliner und... Exakt, genau so was, da gibt es ja da unbeiratet. Jut, Bock auf noch eine Runde Schach? Nein. Dann aber nachher, dann verpflichte ich mich ja mal nachher dazu, dass da machen wir es mal an. Ja, wenn wir noch Zeit haben, denk dran, wir haben Sonntag, ich muss auch morgen irgendwann arbeiten. Frühs. Nö, heute spielst du noch mit mir in Runde Schach. Das ist, du hast dich jetzt vorgedrückt, aber das ist... Ja, sorry, kannst du gerne sagen, ich habe das Spiel gekauft, ich kann es jederzeit auch beenden, wenn ich Lust habe. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, das ist schön, aber ich habe trotzdem ein gewisses Zeitlimit und ich möchte ganz gern morgen nicht auf der Arbeit einpennen. Das tut mir auch wirklich leid, aber im Gegensatz zu dir, hab ich das... Das tust du nicht sowieso. Das tust du nicht sowieso. Hey, ist das dein altes Piano? Ja. Ah, Piano. Okay, die Noten sind noch mal jetzt hier. Jetzt hier. A, B, C, D, E, F, G, A, H. A, B, C, D, E, okay. Sie sind nicht richtig, weil es ist ähm... C, D, E, da unten ist noch nichts, oder? Ja. Das ist sowas in der Art. Die Tasten sind hier mit Stickern bequemt, aber nach ABC und nicht nach Noten. Oh, wir haben eine Blockflirte. Nein, das stimmt schon so. Da steht A, B, C, D, E, F, G. Ja, ABC, D, E, F, G. Ich hoffe, du musst schreien. Nee. Wo bist du überhaupt? Nein, der Blockflirte. Ich hoffe, ich gleich nicht. Ah, da bist du. Ja, doch, du musst hier rein singen, oder so. Singen oder schreien. Hat aber irgendwie nichts gebracht. Wahrscheinlich muss ich dann vorne stehen? Auf einem Loch draufstehen vielleicht, irgendwie. Ja, kann sein. Ich bin jetzt hier wieder oben. Mach's doch einfach mal. Wie gesagt, geh doch einfach mal runter und mach's doch mal. Ich hab ja nicht gesehen, was war. Ich wollte doch gucken, ob hier oben noch was ist. Aber gut, ich komm runter. Ja, du musst schreien. Ich muss, glaube ich, erst mal richtig zielen. Ja. Aha. Exakt. Du musst auch zielen. Und dann? Wie komme ich da rüber? Ach so komme ich rüber. Und warum musste ich dich dann da hoch boosten? Ich weiß es nicht. Wenn man auch so rüberkommt. Ich denke mal, weil es geht. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier ist die Tür aufsingen. Hier ist tot. Du musst einmal die Tür aufsingen hier. Sekunde. Ich glaube nicht. Aufschreien. Oha. Was ist diese Maschine? Oha. Oha. Was ist diese Maschine? Oha. Sieht so wie eine Art Akkordeon. Ah. Aha. Okay. Ich kann dir Lücken machen. Dann komm mal. Ja. Moment. Ich muss am besten ganz vor. Dann kann ich komplett packen. So. Wo bist du gerade? So. Da. Ganz hinten. Du musst erst mal auf den ersten Platz kommen. Bin ich. Ja. Sehr schön. Okay. Jetzt bin ich tot. Ah. Jetzt muss ich glaube ich mal deinen Bildschirm kommen. Ja. Das sollst du mal machen. Jetzt bin ich hier. Ah. Das war. Das war zu knapp. Jo. Hier. Jetzt mal hier. Ah. Verdammt. Muss man natürlich springen. So. Mach noch hier. Ja. Ja. Mach schon mal da drüben einen. Oder auch nicht. Hast du irgendwie eine Z-Verzügung? Oder? Ja. Wahrscheinlich. Ich bin jetzt drüben. Mach hier einen. Nein. Ich kann... Das war knapp. So. Hier. Vorüber zu dir. Voll auf. Als wär's nicht... Okay. Bleib hinter mir. Bin direkt bei dir. Rüber. Okay. Hier sind wir sicher. Die berühmte letzte Worte. Hier sind wir sicher. Du hast ja gerade gesehen, dass da keine Bälle kommt. So. Die Harfe. Ja. Da musst du schreien. Warum denn immer schreien? Und jetzt musst du hier rüber. Jetzt muss ich hier schreien. Jetzt muss ich hier wieder schreien. Jetzt muss ich hier wieder schreien. Exakt. Jetzt muss ich hier wieder schreien. Ah. Jetzt musst du mich. So, und jetzt mache ich dir. Jetzt machst du alle gleichzeitig. Jetzt muss ich hier noch springen können. Ja. Warte auf mich. Ich komme eh nicht weiter unnötig. Wieso sprintest du immer und springst dann? Soll ich einmal springen und dann sprinten? So. Okay, hier geht es weiter. Ich nehme links, du bist rechts. Ganz genau. Passt. So, ich hänge. Jetzt kommt das Wolken-Level. Ist das jetzt noch ein ganzes Level, oder? So, halt. Das ist ein großes Level, aber wie gesagt, so in einer Stunde oder so sollten wir eigentlich fertig sein. Ich glaube, ich erinnere mich ein bisschen. Oh ja, macht total Sinn. Aber es ist irgendetwas. Huh? Exaktlich. Aber jetzt musst du gehen und schützen die Erde. Gehen? Wie? Wir können nicht auf Wolken gehen. Aha! Ja! Jetzt können wir es. Jetzt kannst du es. Gehen, gehen, gehen! Okay, ich weiß, dass ich hier noch mindestens ein mini-spiel und ein paar kleine versteckte Sachen habe. Ach, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, lass uns wissen, was sie für. Oh! Oh! Ich bin fliehen! Oh, hier bin ich fliege. Ich bin fliege. Ah! 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 Ah!